Hey Leute und Willkommen zurück beim Babel667. Diesmal mit dem Update für den Mai 2014. 38 Posten hier zum zeigen und kurz drüber schnacken. Ihr kennt das Spiel, Kamera montieren und los geht's. Den Anfang macht mal wieder Papierkram, Zeug was im Weg liegt und was sonst woanders dazu passt. In diesem Fall fangen wir an mit der MGames mit der Ausgabe 249 für den Juni 2014. The Evil Within mit einem großen Front- und Backcover in diesem Fall. Und wie üblich hat das langlebigste deutsche Videospielmagazin. Viele Infos, viele Tests, bisschen was über den Tellerrand bla 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 aber wieder sehr informativ. Dann ein paar Spieleanleitungen zu Gameboy Spielen die ich lose habe. Jetzt die Anleitung dazu. Ich habe beim Dealer meines Vertrauens aus seiner Sammelschublade gegriffen. Zum einen Kirby's Dream Land 2, Super Star Wars Return of the Jedi, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, Mega Man Dr. Wilde's Rache und Star Wars Yoda Stories. Alle mitgenommen, fehlt mir die Anleitung. Jetzt fehlen mir nur noch die Boxen. Dann ein Paket mit ein paar Wolfenstein Postkarten. Promo Zeug sind glaube ich drei Stück drin. Auch mitgenommen. Und das war sonst nirgendwo zu pass. Diesmal ist tatsächlich nur ein Sony Titel dabei. In diesem Fall Mike Tyson Boxing für die Playstation 1. Hatte ich als lose Disc irgendwo rumfliegen und wo mal aus dem Paket und geht natürlich nicht. Also jetzt die Komplettpackung. Und für den Mega Drive auch ein Solo Titel. Indiana Jones and the Last Crusade. Schöne 16 Bit Ding. Passt schon. Indie geht immer. Kommen wir zu den PC-Spielen. In diesem Monat großem Angebot Command & Conquer. Eine Klassikerreihe. Ich habe sehr günstig die ein paar Add-On schießen können. Zum einen für das erste Command & Conquer die Missions-CD der Ausnahmezustand mit 15 neuen Missionen. Dann für Alarmstufe Rot die erste Missions-CD Gegenangriff. Naja steht da drauf mit Mauspad. Das fehlt leider aber okay. Dann die zweite Missions-CD für Alarmstufe Rot Vergeltungsschlag. Und für Teil 3 noch die Missions-CD Feuersturm mit 18 neuen Missionen. Sollte ein Stück jeweils ein Euro kosten. Also vier zusammen. Ich habe sie alle zusammen für drei gekriegt. Was ich auch noch mal immer haben wollte. Command & Conquer 4 Tiberian Twilight. Das Problem ist es ist kein klassisches Command & Conquer mit Basenbau mehr. Man hat halt einen so eine Übereinheit in der man halt auch andere Einheiten produziert. Die man auch immer weiter ziehen kann. Aber so Basen aufbauen verteidigen ist nicht mehr dabei. Und weil mir das vorher schon bekannt war war ich da mal recht skeptisch wegen. Und ja inzwischen Kosten und Zehner auf der Software Pyramide. Oder wie auch immer das Ding heißt auf dem PC Sektor mitgenommen. Jetzt kann ich es mal spielen und bestätigen dass ich es nicht gut finde. Und dann noch Torchlight 2. Hat GameStop im Preis gesenkt. Die normale für 5. Die Black Edition für 10 Euro. Es hat ein bisschen der Editor ist dabei. Ein Soundtrack ist da mit drauf. Ein bisschen gedöns in Softwareform. Und Pappschuh war ein schöner. Ist ein Diablo nur in Comic. Dann kommen wir zum Nintendo Sektor. Zum einen Power Rangers Lightspeed Rescue für den Game Boy Color. Da habe ich von einem Bekannten die Packung und die Anleitung hat er irgendwo auf dem Dachboden gefunden. Also mitgenommen beziehungsweise Geschenke kriegt und für 3,50 Euro oder so das Spiel auf Ebay dazugeholt. Jetzt ist komplett. Dann NES Classics Castlevania. Das ist die Ausgabe Nummer 12 von den NES Classics. Ist heute eine emulierte Version von dem NES Spiel. Kommen wir zum Super Nintendo zu. Oder kommen wir zum Super Nintendo. Zum einen Super A-Type. Hatte ich das lose Modul. Immer mal wieder auf Ebay geguckt, dass ich es kriege. War immer zu teuer. Das hat mich jetzt komplett ein 10er gekostet. Das lose Modul für ich glaube 3,50 Euro wieder verkauft. Also 6,50 Euro für ein komplettes Super Nintendo Spiel. Das ist okay. Leider gab es das nicht für 6,50 Euro. Das hat mich 30 Euro im Roundabout gekostet. Ist dafür aber komplett. Sieht auch noch, naja bis auf einen Knick an der Unterseite. Es sieht auch noch ganz okay aus. Ist halt im Box Protector. Passt schon. Ein Blackhawk. Ein sehr schönes Spiel. Habe ich auch auf dem Gameboy Advance und da auch komplett durchgespielt. Jetzt ist halt die Super Nintendo Version noch mal dran. Dann Shadow Man für das N64. Die englische Version sieht man ja deutlich an der 15 ist die ungeschnittene Version. Sieht schon recht mitgenommen aus. Na ja, na ja passt schon. Für die Sammlung okay. Das Spiel ist auf jeden Fall eine Spielung wert. Dann für den Gamecube noch Mario Power Tennis. Ein Tennisspiel mit Mario Charakteren. Nimmt man ein Mario Kart, hat man halt ein Kartspiel mit Mario Charakteren. Hier ist das ganze in Tennis. Gewohnt abgedreht und kindgerecht bunt. Und dann noch für den Wii, New Super Mario Bros Wii. Schönes Jump'n'Running. Auch wenn mich das nicht mehr ganz so abgeholt hat, wie das auf dem 3DS. Ich finde einfach, es lässt sich auf dem Handheld schöner spielen. Also die DS und die 3DS Version haben mir doch weitaus mehr Spaß gemacht als die für die heimische Konsole. Und dann kommen wir schon fast wieder zum Ende. Das ist allerdings der größte Anteil in diesem Fall. Die Microsoft Ecke. In diesem Fall Halo 2, das Multiplayer Karten Paket. Sind halt ein paar Zusatzkarten, ein bisschen gedöhnt für den Multiplayer Modus damals, als noch nicht jeder online spielen konnte und man solche Dinge auch im Multiplayer noch zuhause vor der heimischen Glotze gespielt hat. Ja, haben wollte auf dem Flohmarkt einen 10er bezahlt, habe ich nichts. Aber das hat er auch gehabt. Da wollte er 20 für haben. Und ja, habe ihn auf beide zusammen für einen 10er runtergehandelt. Beziehungsweise habe ich gesagt, das nehme ich für einen 10er mit. Er meinte, ja dann nimmt das auch mit, dann bin ich es los. Ja wunderbar. So habe ich auch Halo 2 in der limitierten Sammleredition. Dann machen wir weiter mit der 360. Hier haben wir zum einen Devil May Cry in der Son of Sparda Edition. Das Ganze kommt mit einer Heelskette, beziehungsweise mit seiner Heelskette, also mit der da. Ja, gab es bei GameStop für 15, 16 Euro. Habe ich halt mitgenommen und beziehungsweise gegen mein normales DMC getauscht. Passt schon. Dann an Army of Two. The 40th Day. Server laufen glaube ich nicht mehr für den Multiplayer-Modus. EA typisch mal wieder nach kurzer Zeit abgeschaltet. Aber mitgenommen. Dragon Age 2 in der Bioware Signature Edition. Ist allerdings gebraucht, also die Codes werden wahrscheinlich verbraucht sein. Aber hat auf jeden Fall das schönere Cover. Dann ein bisschen aus England bestellt. Zum einen ein Football Manager 2006. Jo, heute ein Manager-Spiel für Fußball. Und mitbestellt aus England habe ich noch Fuse, die PEGI-Version natürlich. Kommt ja aus England. Hat ganze 5 Pfund gekostet, beziehungsweise 4,90. Ich habe die Demo gespielt, als sie rauskam. Und ich fand das Spiel gar nicht mehr so übel. Also mal mitgenommen für den Preis. Auf jeden Fall mal angucken. Dann ein Gun in der australischen Version. Also die ungeschnittene Version. Ein Western-Ego-Shooter. Das passt schon. Und das nicht so tolle Star Trek. Auch auf dem Flohmarkt gefunden. Für kleines Geld. Soll ja nicht so toll sein, die KI soll recht stupide sein. Aber für kleines Geld und für die Sammlung mitgenommen. Dann noch Sachen, die bei uns nicht so leicht zu kriegen sind. Zum einen die Worms The Revolution Collection. Für die PS3 gibt es sie. Oder das oder das andere Worms bin ich mir nicht sicher. Der liegt halt auch für die PS3 Software Pyramide. Für die 360 bisschen schwerer zu kriegen. Und wenn auf Ebay dann recht teuer. In diesem Fall habe ich es aus Griechenland über Ebay bestellt. Hat mich jetzt 5 Euro mit Porto gekostet. Hier bei uns zahlt man gern schon mal 20 dafür. Und Worms Collection ist bei uns auch schwer zu kriegen. Für 11 Pfund aus England. Also vielleicht noch dazu sagen. Zum einen hier ist bei Worms 2 Armageddon mit drin. Und das ist einfach eine klassische Worms Kollektion von den Download Titeln. Zum einen Worms. Dann Worms Ultimate Mayhem. Und Worms 2 Armageddon nochmal. Dann noch WRC. 4 World Rally Championship. Ein Rally Racing Spiel. Muss ich nicht viel zu sagen. Dann geht es weiter mit Watch Dogs. In der DedSec Edition. Exklusiv bei Amazon. Ja. Unboxt habe ich schon. Findet ihr auf meinem Kalar. Das Unboxing zu. Auf jeden Fall ein großer Karton. Und den muss ich gleich wegschieben. Weil ich brauche Platz für den nächsten. Da haben wir nämlich gleich noch eine Special Edition. Und zwar Splinter Cell Blacklist in der 5th Freedom Edition. Hier gibt es noch kein Unboxing zu. Aber das ist mit drin. Eine Figur. Ein Comic. Schön. Der Comic den ich letztes Mal im Update dabei hatte. Ist hier komplett mit drin. Ja. Wusste ich nicht. Habe ich einen doppelt. Einer kommt wieder weg. Der kann auch liegen bleiben. Und zwei haben wir noch. Und zwar meine ersten Sachen für die Xbox One. Zum einen Forza 5. Oder Forza Motorsport 5. Ist nur die Vorverkostbox. Habe ich aber auch sonst gekriegt. Von meinem Stammdealer. Passt schon. Drinnen ist. Was ist drin? Ein Metall Pin. Zwei Kopfstützenbezüge fürs Auto. Und ein exklusives Forza 5 T-Shirt. In sage und schreibe Größe L. Und die habe ich immer noch gleich auf dem Kreuz geleiert. Die Rise Son of Rome Pre-Order Box. Da ist allerdings nur ein T-Shirt drin. Aber das macht ja nichts. Passt schon. Für umsonst. Immer mitgenommen. Okay. Das war's. Bis nächstes Mal.